ja willkommen mein name ist an die röpe und ich behaupte euch zuletzt blacking nummer drei letzten folge haben wir den sternen fahrt sternlicht fahrt erledigt den gummi jams fahrt hier und ja ich würde sagen wir machen mal runter weiter mit diesen part hier und ja guck mal wir fangen einfach mal ein ich habe ein paar fertigkeiten ausgerüstet und zwar nicht kann man gar nicht einstellen wollte für eine kunstheit natürlich einen richtigen laser strahlen ab gegnerische geschosse auffällt auch nicht schlecht eine mama hat damals bekommen nachdem wir besiegt haben glaube ich sind alle fünf boss ja ich habe jetzt eine fertigkeit drin jetzt autoschutzengel also ich werde einmal wieder blieb wenn ich kogelt schon mal ganz schön broken und ja mehr tp habe ich jetzt auch auf fünf prozent zu 20 api oder so waren und mein gott ist ja noch viel ja ausgenommen habe ich dafür diese fähigkeit womit sich das schub irgendwie schneller auflädt weil wenn wir da so ein poste kommen dann ich doch lieber mehr hp von stadt weil sie nicht soll vielleicht auch ein bisschen hier oder also ein bisschen ihr level wo ich hier weiter mache mir diesen ost hier so vorknöpfe der hier auf uns wartet wahrscheinlich und ja kommen wir mal jetzt noch mal das ein aber da ist ja eine laser okay da kam irgendwie bekannt vor ich habe schon mal irgendwie in irgendeiner form vor einem klima zu glaube ich oder ich weiß nicht und ich habe mich jetzt glaube ich wenn man diesen einen wie spiel ja denn tendress als auch so ein ähnlicher und kreis schreien hey aber er hat die letzte welt hier problemlos problemlos geschafft meinte ihr habt eine chance nein a a an erfahrungsmitte euch auch pavillon ok aber sie ist mir so gummi mission mäßig aus okay wega spezialbauplan wege halten sollte mir eben auch vielleicht alle mal angucken aber arbeit soll es aber hier sieht auch gut aus in der eclipse das haben wir alles noch nicht nebel fluss so ist der ort hier ich glaube mit dem ich glaube wenn man weiter aufhört kriegt man mehr fertigkeitspunkte die man verteilen kann also ja das sollte ich vielleicht mal machen wir sind mehr level ja vielleicht eine gute idee hier gibt es genug gegner zum level ich glaube ich brauche nur diese pinken kristalle bei den anderen die blauen hinterlassen irgendwie nichts was ich gebrauchen kann mal kurz die kohle einsammeln und dann noch die ausreichung sehen ich habe die trotzdem kommt er mich halt sehe das habe ich schon und so und es ist ganz nah da bist du ganz nah da bitte sind wir gehen auch vor und natürlich doch jetzt hier nichts auch ja super angriff bringt überhaupt nicht so ähnlich über diesen schild glaube ich auch 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 ja von c vom b jetzt eine laser zu langsam aufladen alter weil mich bitte wieder hoch oh mein gott war knapp dann sollte mir erst mal ein paar hier hp die reine pappkrieger da ich hab schon erfolge allerdings level 3 warte mal lieber dafür habe ich ein paar sachen ausgelassen es werden die dinge nicht so stark glaube ich da schon level 4 da kommen wir herr du schwein die dinge haben sich sammeln und die wahl und ein kleid oben hatte ich oben ich muss ja wenn ich hier rein fliege das ende oder karte um mich jetzt so langsam um einzufliegen und wird mich auf nahe alter okay so viel dazu muss ich ja noch mehr dinge hier ein ballern sie halten müssen level kaputt danke definitiv ein bisschen da bin ich vorher zeugs machen kann habe ich das schon fotografiert ich weiß es nicht was man lieber jetzt wollte ich auch vergesse sie was ist das in dem jahren keine ahnung und das ist bei allen freien zu fiech sein schloss erneuern und wenn sie 13 auf 15 oder so weiter aber jetzt nichts gesagt als ich irgendwie ein klassisches jedenfalls nicht einstattig kenne für den in die niederung anhalten danke dem jahr auf die raus ich war nicht am fahren okay und fliegen mal ich beschleunigen nicht schon was ich meine ich glaube dass die erst mal ob ich sage ich den pinken kristall das gibt mir damals metro tropfen okay da ich voll broken und erfolgt schlüsselschwetter hoch mogeln in den an die wir bekommen kannst alte arbeit okay jetzt noch zu beschützen deswegen darf mich noch nicht mal war ein blauer oder eine fall ausgesehen ja jetzt überall blau aber er wird schon was ich meine kommt schauen werde ich jetzt mal nicht so an bin doch noch ich so ich mache euch platt ich hoffe ich habe ja noch voller abheberlichen kampfbeginn ja besser auch das hätte ich gar nicht lange an kann wenn man näher ja aber ich habe die alle ewig und deren heilung eigentlich damit ja so ja ah ja ich meine ich meine ja 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 ich muss schon wieder meine geschwindigkeit geschwindigkeit hoch weil ich nicht weil ich davon halten soll hier keine aber da war schon wieder warum da ich habe gut gehalten mich mal ich würde aber der eclipse letzte fahrt wird jetzt nicht so unglaublich schwer dk und nico katze war traumfänger jetzt mal wenn die musik anfängt ich denke immer jetzt hier aus feind fans die zwölf um einen diese wüste geht irgendwie so wollte sagen das kenne ich doch oh gott man jetzt schon wieder auf weg wir haben es genauso stark wie der letzte wer ist ja jetzt wenn uns zufällig vorbeigeflogen war er schon leicht tot aber trotzdem muss jetzt nicht sein aber erst im letzten moment gesehen hat man ist auch hier einer von diesen planeten da kommt natürlich wieder so ein ding ich habe jetzt schon im nebenleben so stark wie letzten warum ich habe jetzt jetzt geübt gegen euch zu kämpfen ich habe erst vor weil er nicht 20 minuten gegen euch ich habe ein zwei bessere fähigkeiten aber und gegen die welt traumwürmer laser bürger in level 60 kur mit zwei sterne und sagt dazu wenig unglaublich seht ihr jetzt ich wollte jetzt auf mich welchen hält oder auf mich herauf immer 90 samt maximum jetzt mal raten da ja gott so weiter möchte überhaupt bekommen sie besorgt von dem ding ist noch so blaus drei sterne dinger kommt ich werde ich aber schaffen oder oder kleine fleischwunder währenddessen kofi und donald darin unser letztes dinge da schon wieder ein blauer das tut doch weh da kommt und sagt so ich glaube wir können ja etwas zutaten vor allem er hat sagt ich irgendwie aggression ich weiß auch nicht warum sie so gebrochen irgendwie welche leute war ich nochmals hier reingekommen 50 54 55 ich glaube ich bin der andere fähigkeit rein die politik bin ich so ja diese dinger machen ganz schön schaden ja auch damit naja familierte angst ja auch irgendwie voll langsam auch wenn es echt nicht auch schon ab zu fahren noch eine minute leute erledigen nein ich habe neustadt bitte welche nie wieder finden wir haben schneller gehen ja kaputt mit meiner laser mal ein bisschen die verbessern wo der dinge sehen manchmal lese auch vernünftig eingesetzt da nehme ich auch nicht getroffen ob ich mache jetzt mal keinen unterschied sie hat schnell erledigen aber trotzdem mal die fressen vollzeit mal klar oh mein gott war es los hallo das habe ich nicht glaube ich da gibt es jetzt nicht war muss ich hier wieder den irgendwann suchten nochmal machen hier extra wegen das eine dinge zurückkommen und ja also immer ja im boss ist oder irgendwie so hat blauer wenn ich schon zehntausend mal ja dann haben wir erstmal hier wo ich ja alles schaffte aber erstmal alles kann dann kommen wir mit level 90 und somit weil sie nicht voll die überpowerten klamotten hier wieder zurück noch überpowerte klamotten dann macht mir alles fertig jetzt mal hat der schub raus geht mir nicht einmal gegenseit klamotten aber wir sitzen ja aus wir fehlen dann ja noch drei drei h let da die poste habe ich erledigt mit a ja schon mal gut na gut ist stimmt ich kann ja jetzt jedes mal ein ding ist sie auf die drauf packen perfekt jetzt bin ich die einmal da warte nicht du hast du irgendwie im post glaube ja sterne sehen wir anders aus glaubst du neu kommen nur zwei sterne ich werde auch schaffen ich habe vergessen man kann sich an den markierung von denen ja eben packen wenn man einmal erledigt hat aber ehrlich ein einzelner der überlebt er fliegt einfach weg jetzt einfach nur für mich geflogen ist du denn da bist nicht unbedingt man den laser ja auch verlangen sie machen gar keinen schaden aber keine fertigkeiten und so die jungen verstärken also so war es auch gut na schön wo naja sagen warum ich ein anderes gummijet als mein eigenes hier stellen sollte ich mal gucke ich das ding noch mal an das brauchst du ich habe ja natürlich mit jedem level den ich bekomme wenn mein gummijet ein bisschen stärker da wäre ist der fall oder ich bin gegen den astro gekracht ich brauche aber immer noch die baustein fragmente wenn es geht also gibt mir die mal da hatte ich euch schon keine ahnung aber jetzt jetzt dann glauben ich habe es ist bock eigentlich also noch wenn ich ja wahrscheinlich alles schaffe reiner zum spiel macht schon bock das ist wichtig jetzt die mir wieder die ganze zeit ich habe noch 40 sekunden kommen ich auch schaffen irgendwie ja schon mal so da kommen irgendwie bekannt vor ich habe schon abgeschlossen und wenn man hat noch ja und hat uns sehen versorgt hat schon 99 ja hatte schon sonst hätte ich noch mehr sachen bekommen ja ich würde jetzt gerne die bauchsteinfragmente finden also level will ich so oder so aber wir sind etwas zu erreichen erfahrungskiste ja erfahrungskiste hat mich verprügelt eigentlich ist auch wie so ein staubsauger so ich hoffe ich gehe jetzt hier mal in einen ort wo ich nicht so war ich werde voll viele schlüsselschwerte hier hochballern können wir euch gerade weil ich so viel damals gefunden habe jetzt auch nicht schlecht mit dem königs anhänger herumlaufen ich glaube ich auch voll hochgeballert habe gerne schon lange halt glaube ich jetzt schnell auf dem ich auch auf maximum gebracht das stärkste was ich bisher habe ich habe ich glaube ich habe blau kathleen aufnahmezeit lupe gesehen es wird sich nicht eine zeitlupe ist aber ist dann eine höhe zu zauber warum bin ich reingegangen auch ja dies einfach ja durch glaube ich die beste idee ja ich war noch nicht hier drin also nicht mal an euch habe ich noch nicht also jetzt war ich noch nicht hier dann nicht glaube ich war schon mal drin aber nicht schon mal ich meine ihr wisst was ich meine wer wisst die 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 wir sind voll eingesetzt abdringen trotzdem blöd ich kann nur einmal irgendwie kommt einsetzt man zu verbraucht ja wenn es nicht so wie 70 erreichen würde wahrscheinlich nicht schaffen werde aber ja man kann ja träumen verfertigkeiten die reinballer dann bin ich wieder noch ein bisschen stärker glaube ich aber hat nicht mehr so exklusive dinge sind die man mit laser irgendwie angreifen dann sind sie explodieren sie und tun alles um sich herum vor gut wenn ich jetzt so knapp erreicht habe ich noch nicht oder ja du bist ja noch nicht von beiden wird aber wirklich als abmaximum da schalte ich irgendwie sachen frei und so also ich nehme an ja ich glaube ich habe schon mal versucht aber ich habe nicht alles gehabt bergung spezialist so viele dinger fehlen mir noch bei so vielen dingen habe ich noch nicht da sind die ganzen planfragmente lieberlich wesens behalten hier wieder ein blauer ist da jetzt einfach nicht ich hoffe ja die respawn nicht die ganze zeit mehr sonst ist ja richtig troll ich muss sie alle jetzt bin weil sonst wird er nur noch verwehren nach zukünftigen ging an weil dann nichts wollen die wir alle dann kann ich die wieder alles abschicken weil das ein blauer lassen thinker näher dann möchte ich darüber jetzt wieder blauer ja komm schon ich habe einen gefunden da war ich doch schon vor die sporn echt also überhaupt nicht nervig wir sollten jetzt wissen wo die alle sind warum noch von den pinken auf der bauplanfragmente fragmente haben waren war auch ich ich da und sieb sehr stark bewacht auf weil wir sind da ja 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 man hat gemerkt aber einfach ohne schaden gericht noch zwei kommen gehen wir da noch hin ja 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 jetzt sind da nicht bekannt dafür videos lang sind oder so also dann ich sie ich finde in der mineraie soll es ja ich ja echt ja echt ich war mal da das ganze ganze die exe zu feuern wie sie ja nicht blauer da war bis zwei sterne kommen und sorgt für ich hatte ich noch nicht alter diesen eis auf mich aber ich habe noch die gleiche p vom kampf war stimmt ja bitte freut sich alle diese eisdiener ich gerne wieder hoch heilen hier waren wir nicht auf der wirklich auch wieder voller p sonst hätte ich irgendwie schon sehr viel öfter ja auch niedriger p sein müssen aber ich habe einfach nicht schaden genommen was war denn b aber ich weiß wissen wo die sender kann ich jedes mal einfliegen das man nicht sagen nichts ist aber doch der blauen geht kaputt verschwinde von meiner karte von meiner da also ja voller ap hat jetzt nach dem kampf oder da war ich in der lab hatte ja jetzt die frage blau ja ja ich wissen wie schwer die gegner hier auf dem letzten fahrt sind stimmt brutal da ist fest und habe ich ja schon mit ein ding verpasst blubb also gut versteckt glaube ich nicht da unten irgendwo nicht da unten wo wo soll ich da unten sein wo was ja schon wieder so für werden versteckt das müssen pinker sein also wo und da ist ein blauer war schon ja schon eine ganze ecke nerviger hier habe ich das gefühl dass er da schon wieder ein blauer da sind wir letztes mal dass ich mal ein pink mehr gefunden habe ja 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 wenn auch nicht war die habe ich nicht gerade gegen euch gekämpft da sind genau die gegen die lege gekämpft hat ne ne ich glaube nicht ich weiß es nicht gleich mal richtig hinsetzen ne ja ja sind die nicht kann hatte na die reine sind wir noch im leben mal kommen er hat es mein ding auf nach und gleich ja jetzt noch mal benutzen hier fahrzeug die neue ausreichtung halten jetzt mal wenn ich noch im bauplan hier kommen würde dann kann ich euch töten dreck wo sind wir jetzt meinen da kommt schon eher gibt es jetzt nicht sieht aus wie ein ort den ich noch nicht hier erkundet habe richtig da oben der pass auf okay ob wir am blauen wir verarschen da ist davon da ist noch level 2 ja kommen wir schon lange nicht mehr gemacht hier kämpfe und wenn wir wenigstens anzeigen ja ja den hast du schon mich hat nicht immer und wieder immer wieder mache ja so aus verwirrung ich glaube ich habe ich schon hier habe ich noch startet bei diesem tornado glaube ich da ja wo ich sage ich auch so ein laser und jetzt schon warum sind wir jetzt jetzt mal ganz ehrlich ohne scheiß wir sind die letzten beiden baufragmente ich finde ich 12 schauen ja ich so gut versteckt sein hier neulich hat abgesucht naja so sind können mich jetzt war klatschen jetzt sind eigentlich aus 2 3 2 3 und 4 muss ja jetzt einmal versuchen ja damit die wesens schwarze kater mit den ganzen müsst ihr nicht noch mal machen weil er schon wieder eislingen war ich doch gar schon drin es hat werden wie viel besser wenn die nicht hier bauen würden ich meine leben ist noch nicht mal irgendwie war trainern damit es hat lohnt würde hier aerokubi oder hängen soll uns doch gar nicht und extra jenner dinge packen kristall nein wir wissen sie beiden dinge abfinden dann können wir ja fertig machen es geht hier im rechten man kann ich von der anderen seite ich bin ja auch ein richtiger fahrt blau ich habe wir sind schon wieder warum war ich glaube ich auch schon war es hat nervig aber nur die beiden noch ein dann bin ich ja weg ich habe ein paar jahrslose erledigen auf dem weg die gegen kaputt sogar gut franz gute naja der kann ich glaube auch schon sind doch echt nur darum ein zu verwirren nein gut sehe ich irgendwie nicht da sind nicht sachen drin irgendwie die sehr wichtig sind oder so oder gut also wenn nur da meinst du verwirren ja guck mal da auf der karte da hinten ist einer geh mal hin dann geht man dahin dann sieht man so ein blaus ding hier war ich doch gerade schon kartenmäßig steht da leider auch nichts welche zonen karte an kohle da sieht man ja auch kein ab keine guten informationen hier also bringt alles irgendwie nichts das ist schon wieder blau warum schauen müssen sagt jetzt da war ich auch schon dauernd bei irgendein gebiet wo ich noch nicht war hier sind noch ganz viele vielleicht war ich hier noch nicht blau macht ja auch nur kaputt damit die nicht auf der karte mehr sind wenn ich immer wieder hinkommen wo die sporn ja anscheinend immer das bringt es da auch nicht ich sage mir irgendwo irgendwo oben wenn man da reingeht ist jetzt irgendwie nicht ein bachzeichen oder so aber ich nehme an da drin warte bei einer oder so ohne da oben ist auch nix ich war doch gerade unten aber auch nix ich nehme jetzt mal einfach an da ist ein blauer und wer ist jetzt der letzte finkel der mehr auf fäden war wo ja ich verarscht sind jetzt alle unten oder was ich war auch gerade unten da war nix jetzt spielt verarscht mich gerade und ja drinnen irgendwo ich glaube die sind da drin blauer wo wir da rechts ist jetzt nicht ein pinker jetzt kreuzig hier sind kristalle aber jetzt kein kristall das ist das der gedanke dass man irgendwann noch mal hier reingehen muss ne helft auch nicht weiter ich glaube ich tue ein bisschen ein bisschen leveln der ein stern nicht fahrt weil ich hier schon wieder mit meiner bruder da war aber schon geht mir den letzten pinken da muss ich wahr sein wo war ich mich hier hat oder wie da wieder über mir wahrscheinlich im internet nach oder so weil ich keine lust habe jetzt hier noch zwei stunden rum zu fahren weder blöding gefunden ab gibt es ja jetzt einfach nicht da kommen wir raus hier keine lust mehr wir müssen das doof gerade ich gucke danach oder blöding sich befindet da wird mir doch hier ein bisschen das ist hier so viel zeit zu verschwenden noch warum man war war da sagten wir haben fertigkeiten da ich noch mehr geschwindigkeit da habe ich so zwei die beiden so daneben so und wieder hinpacken da haben wir von diesen dingen an weil alt geklappt das ist 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 das warum mehr von diesen dingen anwalt geschwindigkeit kostengeschwindigkeit hier weil sie irgendwie so dass wir ihnen sogar dran warum ich das jetzt gerade ja uns grün mache aber jetzt macht er nicht wieder fertigkeiten wesens ja ausrüsten sieben stück auf gott letzte woche ich gehe immer mehr von diesen begangen geschwindigkeit nicht dass hier dann wenn ich das habe dann bräuchte der noch fünf wie was mit zahlwaffen abbräht laser projekt hier noch mehr waffen laser gummies kann ich glaube ich kann nicht leisten 10 also glaube ich nicht ja ich werde ja schon irgendwann machen wird jedenfalls dankeschön für zuschauen der nächsten folge hat jemand geplant habe ich das vergessen aber wenn man schon die nächsten folge sehen das weitergeht wahrscheinlich bin die spiele weil da sind auch viele übrig ja vielleicht gehe ich mein gummi hat ein bisschen hochballern um ja mehr fertigkeiten und so zu bekommen auf level 70 oder 75 irgendwie sowas wird weiter auch schaffen und ja tschüss bis zur nächsten folge gesundheit und Untertitelung des ZDF, 2020